Dann wollen wir mal gucken, was in der Sauersauce drin ist. Alter, nicht dein Ernst. Und wir müssen es ausprobieren. Ich habe es von einem Chili-Soße und ich habe extra keinen Schnitt dazwischen gemacht, damit ihr seht, dass das wirklich echt ist, Leute. Wir gucken, was drin ist und da war wirklich was drin. Oh mein Gott, was ist das? Ich habe es mal abgewaschen. Ein Tennisball zum Kauen, wie geil. Markiert jemanden, der es mit euch ausprobieren muss.